Wir haben heute einen Gast. Ihr kennt ihn alle schon. Es ist der Kapitän der Wolt Amundsen. Moin Moin. Ja, ihr werdet euch wundern, aber wir werden wieder zusammen auf Segelfahrt. Jawoll. Aber diesmal werden wir auf große Fahrt gehen. Zwar von Deutschland bis zu den Kanaden. Und jetzt werden wir noch einiges zu besprechen haben. Ah, da kommt's her. Hallo. Na, hallo. Mika. Hallo, Kleines. Na, wie war's halt in der Schule? Weißt du was? Heute war der Käpt'n da. Ach, was? Der war von der Wolt Amundsen. Und wir werden ganz, ganz lange auf Segelfahrt gehen. Das ist ja toll. Lass uns nach dem Essen drüber sprechen. Wir haben eine lange Mail vom Klassenlehrer bekommen, hab ich gesehen. Da steht ja eine Menge drin. Also ich weiß nicht, ob wir das alles hinkriegen werden. Aber wir haben heute alle schon ganz viele Ideen gesammelt. Ja. Und wir wollen auch eine Website machen und selbstgemachte Sachen auf Märkte verkaufen. Ja. Ja, aber trotzdem, da ist noch viel Arbeit vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. Aber alle haben gesagt, dass wir mithelfen wollen und das kriegen wir auch hin. Ja, dann, wenn alle mithelfen. Oh, guck mal. Ich glaub, wir haben unsere erste Stände. Äh, cool. Ja, toll, ne? Kommst du? Danke für deine Hilfe. Tschüss. Tschüss. Das ist doch... Hier, der Rest ist fürs Projekt. Tschüss. Und danke schön. Tschüss. Danke sehr. Das läuft aber sehr gut hier heute. Ja, ne? Hallo, haben Sie schon von unseren Segelbrecke? Nein, und was geht's da? Wir fahren da für acht Wochen nach Teneriffa. Aha. Wollen Sie einen Flyer haben? Sehr gerne. Und wir haben auf dem Schiff auch so ein bisschen Unterricht. Ah, das ist ja interessant. Und, ähm, wir legen auch an einem Fisch in der Länder an. Aha. Ja, klar. Wenn Sie uns unterstützen wollen, hinten befindet sich die Kontonummer. Ah, super. Gerne. Boah, wie gut. Ich glaub, wir sind doch auch nicht zu spät. Gibt's nur hier auch mitfahren. Und vergiss es deinen Rasenstuhl. Ja. Wenn du dann am Schluss bist. Alles gelb. Ich vermisse. Für. 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 unterstützen können. Und als Dankeschön können Sie den Rest des Filmes sehen.